Liebe Rätselfreunde, mit der Folge über ZG Jung verabschieden wir uns in die Winterpause. Wir blicken zurück auf ein folgenreiches Jahr, in dem wir uns unter anderem auf Gratwanderungen durch die psychische Welt begeben und Themen wie Träumen und Trauma oder den strukturellen Dimensionen der Psyche genähert haben. Auch haben wir das Logo verhübscht und dem Podcast einen neuen Anstrich verliehen. Ganz besonders möchten wir Euch aber für Eure treue Zuhörerschaft danken, sowie den vielen schönen Rückmeldungen, Anregungen, Kritiken und Themenvorschläge. Uns hat das rege Interesse, das in diesem Jahr so stetig gewachsen ist, freudig überrascht. Wir bemühen uns, nach und nach auf die unterschiedlichen und zahlreichen Ideen einzugehen. Unter anderem werden wir uns mit Themen beschäftigen wie Trauer und Depression, Laios-Komplex, autoritäre Persönlichkeit, Dissoziation, Perversion, aber auch farbenfrohe Themen wie Märchenmythen sagen, Archetypen und Kreativität. Wir freuen uns sehr, wenn Ihr uns weiter Eure Ideen, Wünsche und Interessen mitteilt, die wir gerne in die Folgen einarbeiten. Wir wünschen Euch einstweilen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Ausklang aus dem Jahr 2019 und freuen uns, wenn Ihr gemeinsam mit uns ab dem kommenden Februar 2020 weiter die unendlichen Tiefen des Unbewussten erkündet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017